Was liegt an? WSP Swarm. Oder? Striker fertig. Genau, WSP Swarm. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Oh Gott. Ja, 54 ist schon ein guter Preis dafür. Aber wegen den ganzen Entscheidungen und so, ne? Weiß nicht, ich bin nicht so der Fan davon, ja? Wenn ich so mein Abenteuer hab, meine Reise hab, dann bin ich damit zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich dann nochmal zurückgehen würde. Um die anderen Entscheidungen mir abzuchecken, weißt? Weiß ich nicht. Oh, wie schön das einfach ist jetzt nach MW1 hier, dieses Movement. Das ist so toll. Oho. Oho. Ja? Mal sehen. er ist bei mir installiert meine ich sogar ich glaube ich habe es auf der festplatte schon ja nicht gleich sondern eine weile vergehen lassen und den film noch mal schauen ja stimmt worum brennt der weg haben sie geiler skinner war genau ich will auch brennen für fortnight ja wie freut mich dass du spaß hattest wunderschönes spiel dieses fortnight man kann da durchschießen habe ich immer gesagt ja hast du gesagt dann geiler skin junge unterliegt einer ich habe nie tagelang genervt das fortnight spielen ich dachte nicht dass er das herunterlädt er hatte ja gesagt im stream dass er trotzdem lieber während spielen würde was ich absolut nicht verstehen kann er lässt sich auch gerne brechen denn ja ich habe gar kein team er macht nur schütten war aber ich meine er war doch gut oder boah wie unpräzise möchtest du sein er wird immer auf die fresse bekommen hatte der nicht einen hohen rang ich dachte der wäre high elo spieler und dann habe ich jemand anderen im kopf gehabt ich glaube wollte ihn wollte ihn war high elo spieler in valo ein bisschen präzision reinholen und und yes okay 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 Das kann sein, dass die Lobby mit Bots gefüllt wird. Vor allem, ihr habt ja gerade erst angefangen, ne? Ansonsten spielt einfach mal Ranked, da sieht die ganze Sache anders aus. Obwohl, könnte ich mir auch nicht vorstellen, da sind am meisten 300.000, 400.000 Leute drin. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn du das Spiel merkt, ihr bekommt die ganze Zeit auf die Fresse, bekommt ihr vielleicht doch ein paar Bots mit rein, aber die gibt es ja. Oh, jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant hier. Oh Gott. Jetzt habe ich Bock auf Fortnite. Oh, wo ist mein Nahkampf? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. sichern Ja. Oh, sorry. Das ist ein Feind. Das ist für meine Kunden. 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 Ich liebe das. Danke, Seilen. Oh. Das ist für meine Kunden. Das wäre geschafft. Oh. Silent, was schockst du momentan? Was machst du gerade nebenbei? Irgendwas machst du glaube ich schon. Hä? Ab und zu verstehe ich das nicht. Freifach. Lesen und den Stream nebenbei rumdudeln. Du bist am Lesen. Was gibt es zu lesen? Ah, alles. Da ist ein Heli oben. Bravo wird gesichert. Feindlicher Überwachung für die Meistersgebiet. Brauche. Medizin. Schiff versichert. Wir haben Alpha verloren. Ey, Shipment gerade einfach viel zu wild für meinen Kopf. Auf. Oh Gott. Das ist für meine Kunden. Das ist für meine Kunden. Auf. Wo kam der denn jetzt her? Einfach Schikane gerade. Was. Das ist für meine Kunden. Ex-Dies. Und den Charly eins. Jetzt. Als nicht. Ich gehe umsonst. Bei mir. Warum. Das ist für meine Kunden. Ich höre nicht. Die Zahl der Außenkrank. Die Agrar. Wenn wir nicht. Werf für Semtex! Feindliche Drohne im Einsatz gewinnt! Feindliche Drohne aktiv! Zielobjekt bravo und gesichert! Der Feind hat zwei Zielobjekte besetzt! Alle Zielobjekte sind ein feindlicher Hand! Sofort uns erobern! Wir werden schwer getroffen! Der Feind hat aktuell alle Zielobjekte! Hol sie zurück! Semtex geworfen! Betäubungsgranate geworfen! Der Feind setzt seine Kontra Drohne ein! Zielobjekt Alpha wird gesichert! Ich find's scheiße dass sie den Chat deaktiviert haben nach den Runden Wollen wir die Leute nicht beleidigen Das gehört eigentlich dazu so Das ist nicht gesund! Der Jeremy Pascal muss seine Aggressionen freien Lauf lassen! Ansonsten trollt er seine Mitschüler in der dritten Klasse! Soll er ins Gym dafür gehen? Wie? Rausgehen? Nein! Wo leben wir denn? Rausgehen! Äh nein! Zuhause macht man gar nichts! Einfach vorm Rechner sitzen! Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Wo ist der Brunnen? Ah! Ah ja! Ah ja! Heute Nacht Gothic! ... ... ... ... ... ... ich nicht verpenne irgendwas in meinem sitz stimmt wieder nicht es fuckt mich einfach ab ich stelle es jetzt ein immer noch scheiße bleib doch mal ach der ist da drin ich lade nach das wäre geschafft Oha, wir nicht die haben, wir nicht die haben. Scheiße. Was ist das, was zum Teufel ist das? Oha, wir nicht die haben. Was ist das, was zum Teufel ist das? Was ist das, was zum Teufel ist das? Ich brauche medizinische Versorgung. Läuft der an den? Was ist das, was zum Teufel ist das? Ich brauche medizinische Versorgung. 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 Hammer mit 70 Was ist das? Also, wenn wir jetzt so weit machen, können wir das nur verlieren? Nee. Magazin wechseln. Feindliche Tohne im Eisertgebiet. Ja. 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 Jetzt gehe ich nochmal ab, hier auf den letzten Sekunden. Ja. 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 Das war's. Das war's. Das ist ein 100er. Ich probiere mal 100er. Das sieht ein bisschen pervers aus. Das ist ein 100er. Das ist ein 100er. Das ist ein 100er. Das ist mega weird so. Wenn der vor dich spawnt, dann denke ich nicht mal. Dann denke ich nicht, dass das ein Feind ist, so. Mega komisch. Ja, das kann schon mal passieren. Ein Hardcore Silent. Boah. Boah. Die Rechnung ist beglebt. Ich brauche Aufklärung in der Luft. Verstand. Die Rechnung ist beglebt. Die Rechnung wurde verlegt. Die Rechnung wurde verlegt. Bereithalten. Bereithalten. Die Rechnung wurde verlegt. Die Rechnung wurde verlegt. Die Rechnung wurde verlegt. Die Rechnung wurde verlegt. Ich bin getroffen. Ach hier, Feldausrüstung muss ich noch machen. Ja, hallo? Lass mich doch mal. Okay, vier von fünf. Was einfach hinlegen reicht. Was einfach hinlegen. Was einfach hinlegen. Was einfach hinlegen. Vordere Aufklärungsüberflug an. Ja, genau. Leg dich einfach hin. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ich freue mich schon auf die Pumpguns. Natürlich auch nur Shipwind oder so. Bam, 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 bam. Und wo kam der denn jetzt? Wow. Ja, genau. 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 Ah, die ist gut, die ist warm. Wir sind gescheitert. Ja, genau. 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 Ja. Ja. Ja, genau. Ja. Hä? Ich hab den schon freigeschaltet. Was soll das denn? Der ist bestimmt schon wieder reingepinnt. Der ist total besoffen. Was ist das denn? Der ist ja eklappt. Nee, raus hier. Dafür taugt die MP nicht. Die können wir da rausnehmen. Und ich muss was kontrollieren. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, den wollte ich da rausnehmen. Ja. 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 So. Ich hatte doch schon eins aktiviert. Und. 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 Anans. Kalpten gidiyorum yine. Oh Sheldin, Dankeschön, Rally, vor Weihnachten, war das angestellt. Wusstest du nicht, dass Theoday inzwischen Waffenspielsimulator war, 2024 geworden ist? Doch, es geht nur darum, es geht nur darum, es geht um Aufsätze, um Setups, du kannst dir zum Beispiel auch so ein Ölpack kaufen, für 99,99 Rally, dann kannst du, aber musst du dann für jeden Aufsatz extra kaufen im Shop, dann kannst du dich nochmal ölen und dann taugen die ein bisschen mehr, aber auch nur für ein Match, danach musst du es nochmal kaufen. Also der Wahnsinn, das ist so krass einfach. Kann man das Öl auch anderweitig verwenden? Ja, kannst du, du kannst es zum Beispiel, kannst du auch da mit deinem Popo beschmieren, das geht auch. Das wird sogar noch erwähnt, so als Zusatz. Was hast du gemacht? Süßen Stream gemacht für all diejenigen, die nicht mit ihren Liebsten feiern können, die ist das, ooooh. Trinkst du genug Wasser? Ich? Ja klar. Ich sündige heute, ich konsumiere wieder Zucker. Nächste Waffe mach ich ganz normalen Abschluss beschädigt. Mach mich gerade ziemlich kirre im Kopf. Hilft das Stream soweit? Gut, ich habe heute Dings gemacht, Modern Warfare 2019 Kampagne durchgeballert. Und bis auf Voltain fanden das auch alles scheiße so. Die Leute sind abgegangen, es gab sehr viel Weinerei, wir haben auch gekotzt, ganz viel gekotzt, jetzt ein bisschen Multiplayer, paar Waffen grinden. Komm schon, wie toll, wie toll, wie toll, wie toll, bleib beim Leben dann, bleib beim Leben dann, bleib beim Leben dann, versteck dich dann. Nein! Ah man! Ah! 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 No. No. Alihoff. Dings! Euch ein Dosiggler! Und die ich selber- Coach! Hey! Hi! Trust me! No. Steins! No. Wo ist er? In der Luft wird gesichert. Ich habe bündete Mosquito eingesetzt. Ziel auf dem Sklaven wird gesichert. Wir verlieren Alpha. Feind hat zwei Ziele wegen der Erobat. Feindliche Überwachung zählen im Anflug. Boah, hat was abgekriegt. Ich brauche medizinische Versorgung. Feind übernimmt Alpha. ich hasse es in eine laufende runde zu joinen das demotiviert mich sofort gerade land ich kündige ich kündige ach rolle hier laufen auch ab und zu bäume rum momentan habe ich sie zwar nicht gesehen aber bäume gibt es ja auch machen einen auf ich bin gut weil man reich ist was genau unterscheidet jetzt mw3 von mw2 es ist auch eigentlich dasselbe game das was im multiplayer verändert worden ist ist halt nur so movement ist ein bisschen schneller geworden slide cancelling ist wieder drin aber ansonsten ist dasselbe game über den singleplayer brauchen wir nicht reden hatte gute ansätze hier und da aber es war halt einfach wieder also keine ahnung nicht geil also multiplayer ist auf jeden fall eines der besten cods die letzten jahre und wenn du wenn du irgendwie ein neuansteiger bist und hier reinkommst hast du hast du schon wirklich genug content wo ist es nicht man muss jetzt auch nicht unbedingt mit dem hammer drauf hauen so es ist halt immer noch ein guter shooter im multiplayer bereich gleich fertig ich ändere da jetzt auch nichts dran soll so bleiben hat er das jetzt schon wieder verändert hier oder ich raste aus das muss ich nur austesten oh geil fühle ich cap hör auf hör auf hör auf was ist das denn ich habe ein bisschen wieder auf 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 unterwegs was soll denn das oder wovon labert hier also hier ich bin wegslitterß magachin Wer soll das denn sein? Der liegt hier wieder einfach. Der liegt hier einfach. Warum liegst du hier einfach so rum? Der liegt auch einfach, Junge. Junge, komm. Lass uns sterben bitte. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft, was du da machst. Mann, Mann, Mann. So, jetzt ruhig. Ich muss FIFA spielen. Ich weiß nicht, was mit Cap los ist. Guck mal. Der hat heute sogar gestreamt. Er hat Fortnite gestreamt. Also schlimm genug, dass er Fortnite gezockt hat, aber er hat es auch noch gestreamt, Junge. Ja, ohne Scheiß. Ich wollte es eigentlich nicht sagen so, weil ich ja gegen Mobbing und so bin, aber also, bitteschön, ihr könnt. Mit Camp? Nein, 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 nein. Also da wäre ich wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen. Camp war nicht dabei. Capstream? Ja, klar. Wer macht das zwar, der versucht das so ein bisschen undercover zu machen, aber ich erwische ihn immer. Immer wenn das streamt, erwische ich ihn. Wollte ich das geben noch? Ja, safe. Entschuldigen. Obwohl, ähm, erst mal Moin und Frohe Weihnachten. Je nachdem, was du machen möchtest. Würde ich sagen, auf jeden Fall. Das lohnt sich. Also wenn du auch grinden willst, Waffen grinden willst, Level grinden willst, Carmos grinden willst, hat schon Umfang, hat genug Umfang. Spiel den Singleplayer nicht, fass es gar nicht erst an. Oh, wer war das denn? Du lässt dich selbst nicht, ich bin da. Ich denke gar nicht. Ja, auf jeden Fall gut getroffen, ne? So, einige Stellen haben wir auf jeden Fall gut getroffen. Ja, aber was macht die im Call of Duty? Äh, Capstream so oft, ähm, wie Rockstar GTA 6 geteasert hat, steht immer nur Coming Soon. Nein, Capstream ab und an mal. Wer sagt das jetzt nur so? Um die Erwartungen niedrig zu halten. Ein Achterwäschung, Läu, wohl verliegt. Bereithalten, Klaus! Habe ich nicht schon ein Max-Level erreicht? Können wir meine Main-Waffe zocken. Warte. Ah, ein Level noch. So eine Stufe. Der liegt da halt. Aber die Leute, äh, von denen ich erwartet hab, dass sie mich flamen, haben's nicht getan. Aber, also, im Stream, da waren ja schon so, ne, Cappy heute. Da waren ja schon so 50, 55 Leute ungefähr, die dann, die schon gefragt haben, ey, Cap, sag mal, was ist da los bei dir? Warum machst du das gerade? Die haben sich ja auch alle gewundert. Also, die haben jetzt nicht geflamed oder so, aber... Die waren schon überrascht, was du da machst. Oh. Äh, Rolli-Tammer. Hier geht's in der Schlafschule. Und danke noch mal, ne? Ja, Max-Stufe. Perfekt. Haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Hab also den Aufsatz auch freigeschaltet. Dann kann ich meine Waffe austesten. Heute Abend ist letzter Arbeitstag. Euch noch nice. Vielen Dankeschön, Schatz. Danke. Für die Schrift. Wir haben das Feld gesichert. Die Mission ist erfüllt. Was fährst du denn los? Wollt ihr denn? Wollt's doch, ähm... Irgendwie direkt morgens irgendwann, pipapo, losfahren. Am 30. Ja, das war... Wie hieß die nochmal? WSP Swarm Grind. Wartet. Wartet. Wie geht's? Wartet. 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 Vielen Dank.